Die Funktion aktiver Fahrassistent verbindet die adaptive Geschwindigkeitsregelung Stop & Go mit der Spurhaltefunktion. Wenn diese beiden Funktionen aktiviert sind, nutzt das System die Informationen der Kamera an der Frontscheibe und des Radars im vorderen Stoßfänger, um ihr Fahrzeug in die Mitte der Fahrspur zu bringen, dort zu halten und gewährleistet gleichzeitig, dass die Regelgeschwindigkeit und ein bestimmter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten werden. Wenn das vorausfahrende Fahrzeug anhält, kann das System ihr Fahrzeug bis zum vollständigen Stillstand abbremsen und dann wieder anfahren. Der aktive Fahrassistent kann außerdem die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs automatisch oder nach Bestätigung durch den Fahrer auf die auf Verkehrsschildern angegebene Geschwindigkeit anpassen. Und schließlich kann das System die Geolokalisierung und Kartendaten nutzen, um Fahrereignisse wie eine Änderung der Geschwindigkeitsbegrenzung oder die Annäherung an eine Kurve oder einen Kreisverkehr vorherzusehen und die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs automatisch anzupassen. Um den aktiven Fahrassistenten einzuschalten, müssen Sie zunächst den adaptiven Tempomaten Stop & Go durch Drücken dieses Schalters aktivieren. An der Instrumententafel leuchtet diese Kontrolllampe und die Meldung Adaptiver Tempomat 1 wird angezeigt. Über diesen Schalter können Sie dann Ihre Regelgeschwindigkeit wählen. Der adaptive Tempomat Stop & Go kann bei Geschwindigkeiten von 0 bis 180 kmh aktiviert werden. Bei aktiviertem Tempomaten ist standardmäßig immer ein Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug festgelegt. Durch mehrmaliges Drücken auf diesen Schalter können Sie diesen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ändern. Und schließlich können Sie den adaptiven Tempomaten Stop & Go mit der Funktion Verkehrszeichenerkennung kombinieren. Sie finden diese Einstellung in Ihrem Multimedia-System Open R-Link im Bereich Fahrzeug. Wählen Sie Fahrassistenzsysteme. Gehen Sie dann in das Menü Anpassung der Geschwindigkeit. Nach der Aktivierung des adaptiven Tempomaten Stop & Go und zur vollständigen Aktivierung des aktiven Fahrassistenten müssen Sie nun die Spurhaltefunktion aktivieren, um Ihr Fahrzeug auf Ihrer Fahrspur zu halten. Beachten Sie, dass die Spurhaltefunktion im Multisense-Modus All-Terrain oder Snow nicht aktiviert werden kann. Zudem wird die Funktion automatisch deaktiviert, wenn Sie in einen dieser beiden Modi wechseln. Um die Spurhaltefunktion zu aktivieren, müssen Sie zunächst die Spurhaltefunktion über den Open R-Link Hauptbildschirm einstellen. Wählen Sie im Bereich Fahrzeug die Option Fahrassistenzsysteme und dann das Menü Spurhaltefunktion. Wählen Sie Spurhaltefunktion. Drücken Sie dann auf diese Taste, um die Funktion zu aktivieren. Anschließend erscheinen die Meldungen Spurhaltefunktion aktiviert und diese Kontrolllampe an der Instrumententafel, um die Aktivierung der Funktion zu bestätigen. Die Kontrolllampe und die Korrekturindikatoren werden grün angezeigt, wenn die Spurhaltefunktion betriebsbereit ist und Ihr Fahrzeug in der Mitte der Spur begleitet. Sie können jederzeit wieder die Kontrolle übernehmen, indem Sie das Lenkrad betätigen. Sobald Sie das Lenkrad nicht mehr betätigen, wird die Spurhaltefunktion wieder aktiviert. Wenn die Fahrbahnmarkierungen und die Kontrolllampe grau angezeigt werden, sind die Funktionsvoraussetzungen der Spurhaltefunktion nicht gegeben. Beachten Sie, dass das System automatisch in den Stand-by-Modus wechselt, wenn Ihre Geschwindigkeit ohne vorausfahrendes Fahrzeug unter 60 kmh liegt, wenn Ihr Fahrzeug eine Fahrbahnmarkierung berührt oder überfährt oder wenn auf Ihrer Fahrspur keine Fahrbahnmarkierungen erkannt werden. Sobald die Bedingungen erfüllt sind, begleitet die Funktion Ihr Fahrzeug wieder in die Mitte der Spur und die Anzeige auf der Instrumententafel wird wieder grün. Beachten Sie, dass bei starken Kurven und je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs die seitlichen Fähigkeiten der Funktion eingeschränkt sind und ein sofortiges Eingreifen des Fahrers am Lenkrad erfordern, damit die Funktion das Fahrzeug weiterhin in der Mitte der Spur halten kann. Wenn Sie nicht eingreifen, lässt die Funktion das Lenkrad vibrieren, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass das Fahrzeug im Begriff ist, eine Fahrbahnmarkierung zu überfahren und dass ein sofortiges Handeln Ihrerseits erforderlich ist. Die Kontrolllampe und der Korrekturindikator der betroffenen Fahrbahnmarkierungen links oder rechts werden dann an der Instrumententafel rot angezeigt. Wenn das Fahrzeug eine Fahrbahnmarkierung vollständig überfährt und die Spur verlässt, schaltet die Spurhaltefunktion automatisch in den Standby-Modus und die Anzeige an der Instrumententafel wechselt auf grau. Beachten Sie, dass Sie während der Verwendung der Spurhaltefunktion die Hände am Lenkrad lassen müssen, wie dieses Symbol anzeigt. Das System warnt Sie, wenn keine Hände am Lenkrad erkannt werden. Nach 15 Sekunden wird die Meldung Hände am Lenkrad lassen in gelb an der Instrumententafel angezeigt. Nach 30 Sekunden werden die Kontrolllampe und diese Meldung rot an der Instrumententafel angezeigt und ein Tonsignal ertönt mit zunehmender Lautstärke. Nach 45 Sekunden werden die Audioquellen in den Standby-Modus versetzt und ein durchgehender Warnton ertönt. Die Kontrolllampe erlischt und die Meldung Spurhaltewarnung deaktiviert wird rot an der Instrumententafel angezeigt. Die Spurhaltewarnfunktion ist nun deaktiviert. In diesem Fall bleibt der adaptive Tempomat Stop & Go in Betrieb. Während der ersten beiden Warnstufen, wenn das System wieder erkennt, dass die Hände des Fahrers am Lenkrad sind, werden die Warnungen gestoppt und die Funktion begleitet das Fahrzeug weiter in der Mitte der Fahrspur. Wenn Sie nach 45 Sekunden Ihre Hände nicht wieder an das Lenkrad legen, blinkt die Kontrolllampe an der Instrumententafel und ein Warnton ertönt. Die Bremsen werden dann kurz ruckartig betätigt, um Ihnen zu signalisieren, dass Sie wieder die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen müssen, indem Sie Ihre Hände wieder auf das Lenkrad legen. Wenn keine Reaktion erfolgt, aktiviert der aktive Fahrassistent die Warnblinkanlage und bremst das Fahrzeug ab, bis es vollständig zum Stehen kommt. Sie können diesen Vorgang und den aktiven Fahrassistent jederzeit durch Festhalten des Lenkrads oder Bremsen unterbrechen. Wenn der aktive Fahrassistent aktiviert ist und Sie an ein Fahrzeug heranfahren, das langsamer als Sie auf der gleichen Spur vorausfährt, wird Ihre Geschwindigkeit an dessen Geschwindigkeit angepasst, um den festgelegten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Wenn das Fahrzeug vor Ihnen abbremst und für bis zu 30 Sekunden lang anhält und dann wieder anfährt, tut Ihr Fahrzeug automatisch dasselbe, ohne dass Sie ein Pedal betätigen müssen. Beachten Sie, dass, wenn das System ein Hindernis in der Umgebung erkennt, das automatische Wiederanfahren bis zum nächsten Stillstand deaktiviert wird. Erfolgt das Wiederanfahren nach 30 Sekunden, genügt ein einfaches Drücken des Gaspedals oder dieses Schalters nach oben, damit das Fahrzeug wieder losfährt. An der Instrumententafel erscheint die Meldung, Rest drücken oder Gas geben, um den Tempomat neu zu starten, um Ihnen dies zu bestätigen. Nach drei Minuten Stillstand wird der aktive Fahrassistent deaktiviert und die elektrische Parkbremse aktiviert. Dann müssen Sie die Funktion neu starten. Beachten Sie jedoch, dass der aktive Fahrassistent eine begrenzte Bremsleistung hat und keine Notbremsung durchführen kann. Des Weiteren können Sie die Regelgeschwindigkeit jederzeit durch einfache Betätigung des Gaspedals überschreiten und einen Überholvorgang durchführen. Beachten Sie bitte, dass die Spurhaltefunktion durch Aktivierung des Blinkers deaktiviert wird. Während des Überholvorgangs wird die Regelgeschwindigkeit an der Instrumententafel gelb angezeigt. Wenn der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug geringer ist als der, den Sie festgelegt haben, wird die Abstandsüberwachung deaktiviert und der Balken an der Instrumententafel blinkt. Wenn der Überholvorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie einfach den Fuß vom Gaspedal, um den aktiven Fahrassistent wieder zu aktivieren. Um die Spurhaltefunktion zu deaktivieren, drücken Sie auf den anfangs betätigten Schalter. An der Instrumententafel wird die Meldung Spurhaltefunktion deaktiviert angezeigt. Beachten Sie, dass dies die Funktion des adaptiven Tempomatens Stop & Go nicht beeinflusst. Um den aktiven Fahrassistent zu deaktivieren, drücken Sie auf diesen Schalter. Der adaptive Tempomat Stop & Go und die Spurhaltefunktion werden gleichzeitig deaktiviert. Für die ordnungsgemäße Funktionsweise des Systems dürfen die Kamera und das Radarsystem nicht verdreckt sein, zum Beispiel durch Schmutz oder Schnee. Die Funktion kann vorübergehend beeinträchtigt sein, wenn die Sicht schlecht ist oder die Straße enge Kurven aufweist. Zudem müssen Sie den aktiven Fahrassistenten deaktivieren, wenn Sie einen Anhänger ziehen. Beachten Sie, dass Kamera und Radar nur Fahrzeuge erkennt, die in die gleiche Richtung fahren wie Sie. Beachten Sie stets, dass diese Funktion eine zusätzliche Fahrhilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Sie sollte vor allem auf Autobahnen, bei fließendem Verkehr oder in Stausituationen verwendet werden. Der Fahrer muss die Fahrzeuggeschwindigkeit ganz allein immer an die Verkehrsverhältnisse anpassen, unabhängig von den Anzeigen des Systems. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.